Es ist da. Im Mai habe ich es geschrieben und jetzt ist es endlich gedruckt in meiner Garage gelandet. 3000 pinke Frauenbücher, 3000 Botschaften an Frauen, die sich in sich selber vielleicht nicht so ganz wohl fühlen oder nicht so wohl fühlen, wie man sich fühlen sollte. Teil 1 meines Buches ist die Schminkanleitung. Wo muss ich was hinsetzen, wenn die Haut vielleicht schon mal ein bisschen lockerer geworden ist und das, was ich früher mit 20 gemacht habe, nicht mehr so gut aussieht. Ich habe das anders gemacht als die Kosmetikindustrie, weil die Kosmetikindustrie, die nimmt ja nur Mädels, die 16, 17 sind für eine Antifaltencreme. Bei mir ist es Anita. Anita ist jetzt eine 68 und die erste Hälfte des Buches, wie gesagt, ist Schritt für Schritt. Was muss ich wohin setzen, damit das alles gelingt? Ab Seite 65 wird es noch spannender, weil da ist die Geschichte, was kann ich machen, um noch mehr Frau zu sein, mein inneres Gleichgewicht zu finden. Und da habe ich mir lange Jahre Gedanken gemacht und das habe ich zusammengefasst in ganz, ganz viele Botschaften. Hinten im Buch sind auch nochmal drei leere Seiten, wo man dann persönliche Notizen hinterlegen kann. Das soll eine Freundin werden und ich bin total glücklich und froh, dass ich euch das jetzt so bieten kann, weil ab Seite 65 gibt es auf YouTube nie zu sehen, was ich Frauen so in meinen Seminaren erzähle, wie man sich selber in sich wohlfühlen kann und sagt, ja, so wie ich bin, bin ich richtig. Und natürlich gibt es das auch nochmal als Folie mit dabei, weil das kann man sich auf den Kühlschrank pappen, auf den Spiegel, auf den Kleiderschrank, wo immer ihr das auch wollt. So wie ich bin, bin ich gut. Meine Botschaft an euch und mein Angebot für den Dezember 2013, wer eins bezahlt, bekommt zwei geschickt. Das heißt, man hat auch noch ein schönes Geschenk, vielleicht für Weihnachten oder man lässt es liegen für einen Geburtstag oder so. Also Mädels ran, die Garage ist noch voll, aber es fliegt uns auch jetzt schon aus dem Haus. Ich freue mich ganz toll, euch damit zu erreichen, weil von der Last eine Frau zu sein, das A habe ich durchgestrichen und es heißt von der Lust eine Frau zu sein. Haut rein, ganz viel Spannendes in diesem Buch. Ich freue mich total. Tschüss.